Hallo und ganz herzlich willkommen bei CyborgSoft. Heute nur eine ganz kleine Information für alle die, die sich für die aktuellen Windows 10 Versionen interessieren. Die neue Windows Version, die 21H1, die steht jetzt hier in den Startlöchern. Die wurde von Microsoft vom Beta-Channel verschoben in den Release-Preview-Channel und damit kann sie von zumindest den Insidern heruntergeladen werden. Wie ihr die aktuelle Windows 10 Version herunterladet, also die 21H1, das habe ich schon in einem Video gezeigt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, das war's schon heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. Riu57. Ruu57. zu zu Vielen Dank.